Jochen, wenn du da zuschachst, passiert was. Musstest du ihn zur Ordnung holen? Gut, dann schenke ich dir euch die langen Wiese. Ja, das ist diesmal der... ... 2,9... ... 87 Tonnen reicht der... ... 3,5... ... 3,5... ... 3,5... ... 2,5... ... so ist gleich wieder heiß... ... hier gehts... ... hier gehts... ... es ist... Haben wir nicht. Im Moment nicht. Halt nochmal bitte dich an. Nicht nur messen wir an die Stücke. Das ist irgendwo unter hier. Nee, wenn, dann muss ich. Wie hast du das jetzt genannt? Nee, ich hab das einfach verloren.